Hallo und herzlich Willkommen zu einem ganz neuen Projekt, nämlich Top 3. Ja, nämlich in diesem Top 3 Format wird es mehrere Bereiche geben. Ich habe mir jetzt für den Anfang Hashtag Top-YouTuber, Hashtag Top-Musik, Hashtag Top-Designer und Hashtag Top-Intros ausgesucht. Fangen wir jetzt mal mit dem Hashtag Top-YouTuber an. Der Top-YouTuber, also Top-YouTuber ist immer einer. Ihr könnt euch damit mit dem Hashtag Top-YouTuber in den Kommentaren bewerben. Und ja, ich schaue bei jedem vorbei und ich bin mal gespannt, wer sich alles so bewirbt. Und ihr habt immer eine Chance dabei zu sein. Ich werde versuchen, so viel wie möglich so bei 200 bis 500 Abonnenten zu nehmen. Aber manchmal sind auch schon Leute da drüber, die einfach richtig gute Videos machen. Und deswegen seid einfach gespannt, bewirbt euch einfach. Ich schaue auf jeden Fall bei jedem vorbei und dann würde ich sagen, geht es jetzt los. Ja, der Top-YouTuber, den ich mir jetzt für die erste Folge ausgesucht habe, ist der Hype-Clue. Der hat einen Kanal-Restart gemacht. Schaut auf jeden Fall bei dem vorbei. Hier seht ihr auch gerade so ein paar, wie so der Kanal aussieht. Er hat bis jetzt nur zwei bis drei Videos gerade. Und deswegen, er hat wirklich gerade erst einen Kanal-Restart gemacht. Er macht richtig gut geschnittene Videos. Auch mit viel Content und nicht einfach nur so hingeklatschte Runden. Deswegen schaut doch ruhig mal bei dem vorbei. Ihr werdet jetzt hier auch mal einen kurzen Ausschnitt sehen. Und herzlich willkommen zu diesem allerersten Video auf dem neuen Kanal von mir. Und zwar herzlich willkommen auf dem besten Kanal Deutschlands. Und zwar Heil-Doppel-K-Luke. Ich bin dein Vater. Das allererste Video ist eine Challenge. Und zwar spiele ich auf dem Revinzai.tv-Server Get Down. Und die allererste Challenge ist, aus diesem Winkel zu spielen. Ich muss das Ganze also in dem F5-Modus spielen. Und zwar immer Get Down. Auch der Endfight. Immer im F5-Modus. Lass die Spiele beginnen. So, da sind wir jetzt auch schon wieder bei dem Hashtag Top Designer. Ja, darunter sind so Designer jetzt nicht Intros und so. Sondern das hat ja eine eigene Klasse. Sondern so Banner, Thumbnails und sowas. Was wirklich man auch als Designer und so auch nennen kann. Darunter habe ich jetzt meinen Designer, nämlich den lieben Phil. Nochmal wirklich liebe Grüße an dich. Und schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Er hat 20 Abonnenten. Ich werde euch jetzt hier richtig viele Designs von ihm einblenden. Die er für mich gemacht hat. Banner, Thumbnails und vieles anderes. Und deswegen, ich wollte mich nochmal wirklich bei dir bedanken. Und ihr könnt auch Designs von ihm bekommen. Wer jetzt vielleicht noch keine Thumbnails oder so hat. Aber ich glaube, dafür nimmt er jetzt auch schon Geld. Weil die sind wirklich geil. Also zieht euch die auf jeden Fall nochmal rein. Und ich würde sagen, sie wird schon direkt beim nächsten Top 3. So, da sind wir jetzt auch schon bei der nächsten Kategorie. Nämlich Top 3 Intros. Ja, ich hoffe, euch gefallen diese 3 Intros. Ich habe 3 normale Intros genommen. Und ein Special Intro, sag ich mal. Was wirklich mal eine andere Art ist. Also das heißt, wie der Name gemacht wurde. Ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Ihr könnt natürlich auch Vorschläge in die Kommentare schreiben. Denn ich habe jetzt so viele gute Intros gefunden. Aber habe jetzt erstmal 3 Minecraft-Intros genommen. Habt ihr vielleicht noch andere gute? Könnt ihr sie mir auch nochmal den Link vielleicht in die Kommentare schreiben oder so. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir jetzt direkt mit dem ersten an. Der kommt nämlich vom Slawflair. Und der Name ist einfach richtig schwer auszureden. Deswegen tut mir leid. Der ist vom lieben Slawflair. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Und viel Spaß. So, da sind wir jetzt auch schon auf dem zweiten Platz. Der ist vom lieben Red Rubik's. Und der ist einfach nur geil. Dieses Intro belegt auf jeden Fall Platz 2. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu einem sehr richtig guten Special-Intro. Das ist auch wieder ein Minecraft-Animated-Intro. Und ja, das ist aber sehr gut animiert. Also viele Kampfszenen auf SG4 auf dem Harbor. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Ähm, das ist vom lieben Forge, Andrew. Und ich würde mal sagen, zieht es euch einfach nur rein. Und lasst es auf euch wirken. Und dann würde ich sagen, das ist unser Top 1 Intro. Jetzt sind wir auch schon bei unserem Special-Intro, kann man es so nennen. Es ist auch wieder Minecraft-Animated-Intro, aber die Schrift ist wirklich gut gemacht. Zieht sie euch einfach nur mal rein vom lieben Nitreax. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Ähm, ja. Mal was anderes, meiner Meinung nach, könnt ihr mal bewerten. Und viel Spaß. So, da sind wir jetzt auch schon bei dem letzten, ja, bei der letzten Kategorie, nämlich bei Top-Musik. Da musste ich mal ein bisschen suchen, weil da gab es richtig viele. Und ich wollte auch mit guten Beats, sag ich mal, bringen. Und deswegen, ich werde euch immer mal ein paar Ausschnitte des Liedes, wo ein guter Beat drin ist, ähm, einspielen. Und fangen wir jetzt mal einfach mit Top 3 an. Die sind alle Unterschiede. Also es kann sein, dass der Top 3 für euch Top 1 ist oder so. Ich hab die jetzt einfach mal so nummeriert. Und dann würde ich mal sagen, ähm, viel Spaß damit. Mit dem ersten von Oliver Heldens Koala Original Mix. Jetzt auch bei unserem Top 2, nämlich, das ist, das, äh, ist ja die Intromusik von der lieben Mary. Und ich find's einfach auch mega geil. Ähm, ja, wirkt es einfach auf euch. Und ich würd mal sagen, es ist auch ein richtig gutes Lied von Veora. Stand by. Und, ja, jetzt ein kleiner Ausschnitt. Stand by. So, jetzt sind wir auch schon bei unserem letzten Musikclip. Nämlich unser Top 1. Das ist jetzt auch zur Zeit Top 1 ist. Auch in den Musikcharts. Nämlich von Alan Walker Faded. Ähm, das ist jetzt leider Copyright. Deswegen versuch ich jetzt hier nochmal vier Sekunden. Ich glaub, das geht auch mal in ganz kleinen Ausschnitt. Wenn, dann könnt ihr auch unten in der Beschreibung schauen. Da werd ich euch alles verlinken. Und danke fürs Zusehen. Das waren unsere Top 3. Ihr könnt ja bewerten, wie ihr das fandet. Ja, ihr könnt euch immer noch bewerben mit Hashtag Top YouTuber, Top Designer in den Kommentaren. Und ja, ich werde bei jedem vorbeischauen. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Es hat sehr viel Zeit gekostet, das alles rauszusuchen. Aber danke fürs Zusehen und ciao.